Okay, können wir loslegen, oder? Sowohl Mikrofon, Audio als... Ja, von mir aus. Ja, dann hopp. Mensch, wird Zeit. Wirklich, wird echt Zeit. Wir haben jetzt... Du bist ja gar nicht bereit. Gar nichts gemacht, was ist das? Ja doch, diverse Einstellungen. Ja, super geil. Also perverse Einstellungen. Wir haben perverse Einstellungen vorgenommen, auf jeden Fall. Kaum... Oder kaum ich mehr... Da gehen alle... Kaum geht Sternenkraft, gehen alle anderen auch. Doré, wenn du so negativ schreibst, gehen einfach alle. Ja, das ist klar, deswegen gehe ich jetzt auch. Ja, eben, ich auch. Ich habe keinen Bock mehr. Ciao. Ciao. So, so eine negative Doré. Tschüss. Aha. Was ist denn das? Ja, ich bin bereit, glaube ich. Ja, ich auch. Spielersuche geht noch. Achso, ja, bei mir auch. Nein, bin noch da. Yay. Freut mich voll. Wie gesagt, gute Besserung, ne? Auf jeden Fall. Gute... Gute Karotterung. Hm, da liegt es an mir. Ich weiß es nicht. Wir haben immer mal wieder irgendwie zwischen drei und sieben, acht Zuschauer. Das schwankt immer stark heute. Ich hatte... Ich hatte schon 1500. Mhm. 1500. Nee? Ja, doch. Das ist schon was Verschiedenes. Ja, endlich geht's los, Rammer. Alter, geil. Jetzt kann ich dir auch ein bisschen was beibringen. Du bist ja ganz neu in, ähm... Ja. ...Fortnite, ne? Muss man sagen. Ich habe dir beim letzten Mal zugeguckt. Das war ja ganz witzig. Das war auch ganz interessant. Wo bist du eigentlich? Wo bist du eigentlich? Ach, da bist du. Ich renne voll den Fallsschnitt hinterher. Okay. Ich will tanzen. Gut, Loray. Dann bist du jetzt AFK. Dann bist du später. Ich bin da gerade. Danke, dass du auch da warst. Auf jeden Fall. Ich kann... Ich komme nicht zu dir. Aha, was mache ich da gerade? Da ist ein Zaun im Weg. Ich sehe das nicht. Aha, als ob ich da nicht durchgehen kann. Es geht los. Hier sind alle am Tanzen. Hier sind alle am Tanzen. Siehst du mich da hinten am Zaun? Was? Keine Ahnung. Ich bin am Tanzen. So wie alle anderen hier. So, es geht los. Wir waren zu fünft und haben alle getanzt. Ja, geil. Ich habe es doch nur nicht gesehen. Es ist jetzt wichtig, miteinander zu kommunizieren. Sprich, oftmals die Karte aufzuschlagen. Ich schlage... Weißt du, noch mit dem Touchpad, gell? Ich will mal sagen, wir landen hier oben. Ah, ja, genau. Dann siehst du, ich kann das jetzt markieren mit R2. Kann ich markieren, wo wir hingehen. Und da steigen wir dann aus. Da... Ja, Randa. Wo bist du? Du bist einfach schon ausgestiegen, du Zipfel. Ja, ich weiß nicht mal, wo du bist, ey. Ja, ich bin noch im Bus und steige jetzt aus. Hä? Ach, dann bist du noch oben. Ach, da bist du. Ja, guck auf die Karte und flieg zu Markierung. Ich habe wieder eine Markierung gesetzt. Ach so. Du weißt schon, Karte aufschlagen mit dem Touchpad. Das Einzige, was ich sehe, ist, dass... ...dass da irgendwie eine Schrift rumfliegt namens Game Twigs. Ja, das siehst du aber nett, wenn du die Karte aufmachst. Okay, schon verkackt das Gegner. Wo bist du denn? Du bist 100 Jahre weit weg. Okay, das wird schon nichts. Wir werden schon verkacken, auf jeden Fall. Alles klar. Weil ich einen Fehler... Ich habe halt einfach diesen Fehler gegessen. Ja, eben. Es geht halt nicht anders. Ich komme dir halt irgendwie entgegen, dann treffen wir uns gleich irgendwie. So, also wie gesagt, Ranma ist ganz neu auf jeden Fall. Deswegen wird das, glaube ich, ganz witzig auch auf jeden Fall. Witzig wird das auf jeden Fall. So, da bist du schon. Ich sehe dich. Ja, wo bist du? Da bist ja du. Ja, das bin ich nett. Voll geil. So, dann holzen wir mal ein bisschen Holz. Das ist ja wichtig. Gib mir auch mal Holz. Holz vor der Hütten. Ja. Lieber Holz vor der Hütten als der Bredel vom Kopf. Ja, aha. Eben. Ja. Ganz genau so ist das. Heu, was warst du das? Das war ich. Du hast die Hütte am Arsch gemacht. Da oben lag doch noch eine Waffe. Komm mit. Komm hier lang. Wo bist denn du? Du musst auf jeden Fall dich ein bisschen schneller umgucken. Guck, und das meinte ich letztens mit in den Büschen verstecken. Das ist eine gute Deckung. Naja, also ich sehe halt deine Schrift. Ja, aber die anderen sehen ja die Schriften nicht. Schade. Ja, das wäre ja dumm. Ja. Wie behindert wäre das denn? Hast du ja irgendwie... Das wäre ja... So, Leute. Gib mir auch mal Steine. Ja, holz die halt ab. Hast du schon eine Waffe? Ja. Nö. Dann hol dir die Schriftflinte da drin. Hast du schon eine? Ich habe schon eine. Da oben liegt auch noch eine. Woher hast jetzt du die Waffe? Die lag da halt rum. Oh, geil. Eine Sturmwaffel mit Ferngulasch. Genau. Sturmwaffel? Sturmwaffel? Ist das nicht ein YouTuber eigentlich? Ja, ich glaube schon. Weiß ich nicht. Sturmwaffel ist, glaube ich, ein YouTuber. Keine Ahnung. So, wir müssen auf jeden Fall immer schön zusammenbleiben, weil es ist ja jetzt ein Duo. Ja, dann renn halt nicht dauernd da vorne. Sag mir halt, wo du hin willst. Das siehst du ja auf der Map. Schau immer schön auf... Schau... Ich kann ja... Jetzt wird schon. Gut, also. Was machen wir denn jetzt? Also. So, wir sind im Radius. Da hinten ist schon ein Gegner. Schau. Ja. Ach so, ich muss erst mal meine Waffe auswählen. Fuck that life. Wir müssen auch mal bauen. Alter. What the hell? Du kannst ja bauen. Ja, nee, kann ich nicht. Ich schau längst nicht. Ich habe keine Materialien, Alter. Ficken. Es ist ja kaputt. Hi, hilf dir. Das habe ich auch schon. Warte mal. Wieso treffe ich den Schwanz nicht? Weil er getrunken hat. Scheiße, scheiße. Bau nicht, sondern schieß lieber. Okay, zu spät. Ja, Alter. Das war nix. Überlass mir lieber erst mal das bauen. Der trifft mich einmal und ich bin... Der trifft mich einmal und ich bin tot. Der trifft mich einmal und ich bin tot. Oder hat halt eine sehr starke Waffe. Scheiße. Beides. Warum habe ich den nicht erwischt? Das war so komisch. Ich habe voll oft auf den draufgeballert und das hat nix gebracht. Und dann kommt der von der Seite und holzt uns einfach weg. Ja, das verstehe ich nicht. Sehr komisches Zeug. Ja. Ne, üb jetzt am Anfang, wenn wir zu zweit sind, lieber das schießen. Ich bau für uns einfach. Das geht einem dann einfach schneller, okay? Dann bin ich der defensive Typ und du versuchst ein bisschen anzugreifen dann, wenn wir gerade in so einem Feuer sind. Ja. Das wird schon irgendwie... Ich habe ja ganz vergessen, noch meinen Link weiter zu schicken. Achso, ja. Da war was, gell? Ja, ja. Und jetzt schicke ich es dir auf jeden Fall im Chat dreimal. Aha. Ja. Aha, da kam mir eine Nachricht an. So, was mache ich ja gern. Ja? Schau mit mir Game Tricks auf Twitch. Aha. Hä, du hast ja meinen Stream geteilt. Was ist denn das? Was deinem? Wie kann das sein? Da Twitch slash Game Tricks, das ist meiner. What the fuck? Was ist das? Das ist ja deiner. Lösch das, lösch das nicht deinen. Ja, warte. Das geht ja jetzt. Du kannst ja jetzt für alle löschen. Ja. Ja, Gott sei Dank. Innerhalb sieben Minuten. Ach, das, da habe ich ja noch genügend Karotten. So. Ne? Kleiner WhatsApp-Life-Hack. Ja, aber was ist das? Man kann löschen innerhalb von sieben Minuten bis jetzt auch. So. Fünf Zuschauer, das freut mich. Ich schau mir. So. Dich kann ich halt nicht... Schau dir am besten selber zu. Ja, gell? Warte, was ist denn das? Ja, du hörst mich ja, glaub ich, ganz gut. Hier oben ist das jetzt... Ah, okay. Nö? Nee, echt nicht. Wie lange dauert eigentlich die Spielzeit? Jetzt muss ich meinen Link erstmal suchen. Ich muss jetzt meinen Link erstmal suchen. Ja, der ist im Wald. Den habe ich sogar geschnüffelt. Der heiratet Zelda. Diese Nachricht wurde gelöscht. Ach, ich blick... Ja, ich blick das gar nicht so richtig durch. Ja, es ist immer so ein bisschen dumm mit dem Handy, ne? Im Smartphone. Ja. Mit dem Gurkifon. Eigentlich triggert mich das immer, wenn ich zu oft Handy höre oder lese, weil das sind ja Smartphones. Ja. Gurkifoni. Gurkifoni. Oh nein. Oh mein Gott. Was ein Insider. Das waren Zeiten. Ach, du Scheiße. Okay. Ja. Aha. Gurkifoni. Guck mal, Kasten TV. Scheiße. Ach, Gott. Ach, du Scheiße. Das waren Sachen. Aber wie geil. Müssen wir wieder aufnehmen, oder? So ein bisschen besser und so. Ja. Das wäre witzig, glaube ich. Loray hat es ja, glaube ich... Ja doch, Loray hat es ja ziemlich abgefeiert. Unser Kummerkasten TV. Und da waren noch ein paar, die machen das. Warum nicht? Können wir echt eigentlich auf meinem Zweitkanal dann machen. Ja, machst du da eigentlich aktiv? Machst du ja nichts mehr, oder? Wie auf dem anderen Channel. Kummerkasten. Den sagen wir jetzt wirklich nicht, den Namen. Ich möchte eigentlich gerade nicht, dass man den findet. Da mache ich wirklich nichts mehr. Ja, weil der ist tot und das sind Uraltsachen und lass mal lieber sterben. Was ist der tot? Ähm, aber auf Gecko, auf meinem Zweitkanal, auf meinem richtigen Zweitkanal, da kommt schon noch was. Und da können wir auch so Comedy-Sachen auf jeden Fall machen. Und da soll ja eben sowas kommen. Comedy-Sachen, Vlogs, Kochvideos, was weiß ich, alles sowas halt, was eben auf Gamechicks wirklich nicht mehr hinpasst. Nö, lüge nicht. Ja, ich lüge auch nicht. Ja, wo bist denn du? Ja, dahinter deinem Ohr. Hast du es nicht gesehen? So. Ach, deswegen hat es da gejuckt. Also, gell, Touchpad. Karte aufmachen. Ach so. Damit du siehst, wo wir hingehen. Ungefähr hier, geh mal. Hier, geh mal hin. Siehst du das? Was? Da. Was? Jetzt bin ich hier ausgestiegen. Warum bin ich jetzt ausgestiegen? Siehst du meine rote Markierung? Ja, ich war ja auf dem Touchpad. Guck hier hin. Guck, wo du hinfliegen musst. Ja. Du hast ja auch einen Kompass. Orientier dich auch am Kompass. Wenigstens wo? Oben ist ja diese scheiß Kompassnadel wieder. Und da kannst du das wenigstens so ausrichten, dass der Kompass auf die Markierung zeigt. Und dann weißt du auch, wohin. Das sehe ich. Ich glaube, ich muss den Bildschirm gescheit einstellen, weil ich sehe da fast gar nichts. Ich sehe einfach nur S. S. Okay. Du fliegst in die falsche Richtung. Ja. Ja, warum? Ich flieg dahin, wo dein Game Tricks steht. Okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, aber da in das Waldstück. Die Bäume da. Da fliegen wir hin. Ich flieg dahin, wo dein Game Tricks steht. Aha. So, pass auf. Wir versuchen das einfach hier mal in der Hütte. Bist du da? Ich glaube, jetzt werde ich Sterberlations. Du bist noch gar nicht wirklich da. Scheiße. Okay, komm. Ich lande einfach mal. Sieht vielleicht gar nicht mal so übel aus. Das nehme ich mit und trinke es gleich. Hey, das sind ja drei Fläschchen. Ja, hä? Was? Alter. Wie kann ich denn das ablegen? Ich bin noch nicht mal unten angekommen. Ich bin schon mit sieben Leuten tos. Ja, ja, klar, normal. Das gehört. Ja, das ist ja normal. Echt? Ja, natürlich. Es geht ganz schnell. Bist du dann mal da eigentlich, Alter? Wie am draußen, du? Ja, sag ich ja. Bis ich mal unten bin, sind schon zwölf Leute kaputt. Hier, guck mal. Das ist für dich. Habe ich dir übrig gelassen. Kleiner Schilddrank. Oh, danke. Schildebühne. Muss ich das jetzt? Das muss ich essen. Kann ich das jetzt aufnehmen? Ach so. So. Ach, muss ich das jetzt essen? Das war jetzt ein Kamin. Nee, schon in die Nase stopfen. Und jetzt? So. Wie geht das? Da unten ist... Ah, geil. Magazin ist voll, was? Nee, du musst schon das ausrüsten und dann trinken, ne? Hier ist ein richtiger Schilddrank. Und hier ist eine Lootbox. Oh, gönn dir den Schilddrank auf jeden Fall. Alter. Ich wollte dann nach oben. Da ist was. Was soll da sein? Ist da noch eine Truhe? Da ist was. Ach, ich höre noch was glitzern. Jetzt komme ich nicht mehr hoch. Nimm du die Waffe? Das ist dieselbe Waffe gerade. Die da? Ja, das ist eh dieselbe. Was ist das? Was ist das jetzt? Du bist da voll an dem Schild da oben weg. Äh, das Schild, sag ich schon. Was ist denn das? An dem Ding da oben vorbeigelatscht. Ich höre sowieso noch eine Lootbox. Oh, guck mal auf die Map. Nee, wir müssen gleich mal gehen. Ja. So, fertig. Dann nehme ich die hier. Und jetzt ist ja irgendwo noch eine Lootbox. Ach, hinter uns so ein Schmal. Ja, was ist das? Ja. Habe ich schon längst gesehen. Ja, dann hopp. Okay, okay. Oh, das Sniper. Oh, guck mal. Wer will das haben? Keine Ahnung. Dann nehme ich es. Nimm du. Du kannst besser schießen. Nimm du die Verbände. So, pass mal auf. Und die Munition. Ach, du Scheiße. Guck mal, wie weit wir weg sind. Fuck. Okay, das war dumm. Oh, fuck. Scheiße. So ein Schild. Bist du ein Gummiball? Oh, ich habe nur eine Kugel im Magazin. Was ist das für ein Müll? Ich bin ein Gummiball. Ich bin ein Gummibär. Ja, du bist so rumgekopfd. Ich bin dein Gummibär. Scheiße. Oder wie ging das mit? Ja, irgendwie so, gell. Ich habe das auch nicht mehr so im Kopf. Warte, Holz. Ein kleiner süßer Gummibär. Ich brauche mehr Materialien. Ja, schlag mich halt. Ja, mindestens dreimal. Ja, fünfmal. Ja, sieben. Die Zucchini meiner Oma. Ja, die habe ich sowieso geschlagen. Geschlagene. Geschlagene. Deswegen ist er stecken geblieben. Ach so. Warte, 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 das Gegner nicht. Warte, das Gegner. War das deutsch? Das ist der Gegner. Wo bist du? Keine Ahnung, ob das deutsch ist. Sammel aber Holz wenigstens. Aha, mit Schrot vollgepumpt. Ja, ich liest das schon gar nicht mehr. Echt jetzt? Ja, nee, echt nicht. Ich finde die Aussprachen so lustig. Ja, schon. Ja, schon. Ja. So, mal sehen, ob wir da irgendwas drin haben. Mit Schrot vollgepumpt. Und durch Löcher. Schilddrang. Den nimmst du. Du brauchst das eher. Ja, auf jeden Fall. So, pass mal auf. Ich glaube, das soll... Ja, warum kann ich das... Ah, jetzt ja. Ich glaube, ich sollte das gleich mal nutzen, oder? Ja, auf jeden Fall. Nur eine Kugel im Gewehr ist halt echt kacke. Aber schnell, schnell, komm. Lauf. Der Sturm kommt jetzt. Wo bist denn du? Da. Oh, ich höre Schüsse aus. Jemand bolzt mich an. Echt jetzt? Ja. Ja, jemand hat mich angebolzt. Fuck. Aber ich bin einfach nur davon gerannt. Ja, gut, 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 gut. Ich sehe den jetzt auch nicht. Ich deck dich, so gut es geht halt. Komm, lass hier was. Lass hier was. Ah, wir sind ja noch gar nicht im... Ich wollte jetzt sagen, lass hier was aufbauen, aber wir sind nicht im Radius. Das ist halt das Problem. Okay, scheißen. Scheißen mit Himbeeren. Hinter uns ist keiner, oder? Ja, ich bin... Wache. Zum Glück hatte ich halt so Schildtrunk getrunken. Ja, eben. Da hinten ist er. Kleiner Penner. Oha. Alter, der will Gurken essen. Ja, das war's. Ich habe keine Muni. Wirklich großartig. Wo ist denn der? What the fuck? Da ist jemand hinter mir. Fuck you. Ich bin Kartod. Ja, macht nichts. Ich bin Kartod. Ah, mach doch was. Scheiße. Ja, ich sag doch, ich bin... Scheiße, scheiße, scheiße. Ich muss hier weg. 14. Scheiße, solche Penner. Ich... Ich sehe den nicht. Wo ist der? Du siehst mich noch, ne? Oh. Ja. Fuck, 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 fuck. Ich kann dich beobachten. Ja. Das ist halt jetzt gerade ein bisschen critical. Oh Gott, ich habe ja fast gar nichts zu mich verteidigen irgendwie. Soll ich es noch alleine versuchen, oder? Ja, ich... Ja, kannst du ja mal. Okay. Vielleicht kann ich von dir noch was essen. Ich glaube nicht. Was lernen. Ja, ja, ich weiß schon. Bist du halt... Äh... Bist du heute Abend auch nochmal on? Jein, will ich mal sagen. Ähm... Im Prinzip ja, aber Loray streamt dann auf meinem Kanal. Ähm... Die wird dann... Ja, mehr. Die wird dann... Scheiße, mit Himbeerenlöffeln. Oh Gott, warte. Ich muss hier weg. Was, du hast gelachtet? Nein, da sind ja noch mehr Zigeuners. Stirb doch, Kartoffelarsch. Ja, beide tot. Hast du es gesehen? Der andere hat mich dann zerfetzt. Ja. Zigeuner passt wieder. Ähm, ja, also Loray ist dann on und streamt dann getting over it. Ne? Ja, gut. Äh, was war mir jetzt für ein Platz? Irgendwas, 30. Geh mal zurück zur Lobby. Keine Ahnung. Es war akzeptabel. Wir hatten halt auch ein bisschen Scheiße. Im Winter. Ja. Die Zigeuner passt wieder. Okay, vielleicht bin ich dann auch da. Ja, würde er uns freuen auf jeden Fall. Bestimmt. Also, Loray auf jeden Fall. Ich mich auch. Wir würden uns alle freuen. Ja, es wäre super. Es ist ja voll die Zigeuner passt wieder. Gell? So, ich such mal direkt weiter, ne? Gut, dann schauen wir mal. Ich bekomme, glaube ich, langsam Hunger. Ist aber, glaube ich, ein gutes Zeichen. Das hatte ich ja heute nett. Ich hatte ja mit meinem Magen. Probleme. Jetzt geht's langsam. Ich hab kalten Tee. Ich hab kalten Tee in der Tasse. Ja, wer? Wer ist das so eklig? Oder kalter Tee? Also, trinkst du kalten Tee? Also, wenn warmer Tee einfach kalt geworden ist, trinkst du den dann noch? Ja. Echt? Ich find das voll eklig. Ich kann das nicht. Schmeckt einfach nicht. Ja gut, bei mir kommt's halt dann schon drauf an. Was? Feintee. Okay. Trinkst du jede Teesorte oder magst du auch irgendwas nicht? Äh, ich trink halt Pfefferminztee und schwarzer Tee. Ah, wahr, schwarz Tee, oha, okay. Aber nur mit Milch und Zucker. Milch und Zucker, okay. Es klingt wirklich nach gar nix für mich. Einfach mal null. Ich bin halt so der Salbei-Tee-Trinker. Oder so der Früchtetee. Salbei. Salbei-Tee schmeckt tatsächlich sehr gut. Den kann ich sogar beinahe ohne Zucker trinken. Und ansonsten halt so Früchtetee, sowas, so in der Richtung. Aber Schwarztee, Alter, kannst du mich jagen. Ja gut, Pfefferminz geht auch noch. Ja klar, Kamille, sowas. Aber nicht so extrem starke Kräutersachen. Ähm, ich sag mal, hier. Siehst du meine Markierung? Runter geht's. Ach so. Dann soll ich jetzt springen, oder was? Schon lang. Jetzt hab ich's mal fett verpennt. Aber du bist genau an der Stelle, wo wir landen. Ach so, ja dann. Dann lass ich mich einfach mal fallen und dann essen. Hast du auch Antibetung angenommen? Dadurch bekommt man Magenprobleme wegen. Ja, hab ich ja heute. Ich muss halt alle zwei Tage sowieso einnehmen. Ähm. Und, aber nee, daran kann's nicht liegen. Tatsächlich. Das muss aus irgendeinem, ja das muss wegen was ganz anderem gewesen sein. Ich weiß nicht, wir waren gestern asiatisch essen, Loray und ich. Und Loray hatte halt heute Morgen auch kurz Bauchschmerzen. Wir gehen davon aus, dass es eventuell davon kommen könnte. So, jetzt sind wir ein bisschen scheiße gelandet, glaub ich. Da hinten ist auch jemand gelandet. Du bist glaubt noch gar nicht gelandet? Oder wo bist du eigentlich? Ich bin einfach noch ganz weit oben. Alter, du bist einfach noch 100 Jahre oben. Ich wünsch dir auf jeden Fall auch gute Besserungen. Ja, sag ich dir doch. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ja, vor allem mein Rücken. Ja, das ist grad sowieso das Wichtigste. Ja. Weil das ist die Rückenmuskulatur einfach zu schwach. Ich muss die grad wieder trainieren. Und ich, vorhin hat's mir wieder im Rücken voll reingezogen. Richtig kacke. Vielen Dankeschön, Sternenkraft. Winke, winke. Ja, hallo. Oder tschüss. Wie auch immer. Weißt du, weißt du, was lustig ist? Ich hab deinen und meinen Stream auf. Ah, das ist witzig. Auf dem Computer. Aha. Ja. So. Kann ich dir und mir dann später zu lesen. Sternenkraft eventuell, ne? Würde uns auf jeden Fall freuen. Ah, hier war schon jemand. Winke, winke. Ja, darum hab ich gewunken. Hier war schon jemand, hier war schon. Trinke, trinke. Warte. Warte, warte, warte. Dahinten ist ein... Oh, der hat das auch schon gelootet, der Penis. Warst du ein Penis? Ja, der Penis hat gelootet. Heißt der Penis? Ja, mindestens. So, drück uns die Daumensternkraft, dass wir irgendwas hinbekommen, ne? Okay, fahr, komm hierher. Komm hier rein. Komm hier rein. Wo bist du? So. Hi. Geh doch zu, Alter. Hä, mach doch die Scheiß-Drecks-Tür zu. So. Und jetzt? Wir bauen das hier ab. Abbauen. Aber nicht die Wände, oder was? Nur das da. Nur die Säule. Warte, warte. Sehr gut, warte. Äh. So. Ja, jetzt hast du... Hä? Ja, komm halt auch durch. Ach so, da ist ja eine Tür. Die mach ich jetzt auch wieder weg. So. Das war's. Weil da sind halt Gegner, falls die kommen, haben die erstmal zu tun. Jetzt flüchten wir nach oben. Guck, so schnell geht das. Geil, ne? Ja. Das heißt, wenn du abends ins Bett gehen willst... Mit bisschen Übung, weißt du, kannst du schon bauen irgendwann. Das wird schon, das geht auf jeden Fall. Was ist mit dem Bett gehen? Wenn du abends ins Bett gehen willst, du aber Angst vor Einbrecher hast, dann musst du erstmal zehnmal um den Block laufen, dann kannst du davonrennen. Aha. Ja, ey. Zehnmal um den Block rennen, aha. Ja, na, hast du Vorsprung von Einbrecher. Aha. Ich glaub auch. Ist das nett so? Ja, doch, natürlich.